Hey Leute, Willkommen zurück zu TOROR. Letztes Mal haben wir uns auf eine Weltreise begeben und sind verrickt und heute machen wir das gleiche. Ja! Und rechts das Farm der Meteorien. Wuhuu! Ja! Bei mir Spandau, komm bei mir und gucken los. Sofort. Was? Komm sofort bei mir und gucken bei mir Spandau. Los, jetzt. Viel Spaß, tschüss. Nimmst du dich ernst. Ich guck bei beiden. Und da ist er mir so richtig. Los, nimmst du mir auf, du Bastard, f*** dich. Ich will YouTube Money und dich so. Aber such dir auch jemand erfolgreich. Und da so f*** dich. Du nimmst jetzt mit mir auf, du Bastard. Und ich so, naja, das war das. Dann zwingt er mich immer euch auf seinen Kanal zu losen, deshalb Sie geben meine Parts auch immer kaputt. Das ist alles geplant, damit ihr bei ihm guckt. Damit der YouTube-Partner wird mit YouTube-Money macht YouTube-Partner YouTube-Partner Seht ihr? Er träumt schon davon Ey, Spaß beiseite Wer hier nimmt das ernst? Ja, wer hier nimmt das ernst, dass ich es will Es ist genau andersherum Ähm Ich hoffe, wir haben so viel Verderbnis hier Aber ich hab noch keinen Dschungel gesehen Ja, das ist wirklich eine Astaatung Ich brauche einen Dschungel, unbedingt Ich auch, ich will die Linkrüstung haben Und ich will das Dschungelschwert Man könnte das Spiel auch natürlich ohne Dschungel Also eigentlich haben, aber Ja, klar, aber Wenn wir keinen Dschungel hier haben, machen wir jetzt eine kleine Welt Und dort suchen wir uns halt einen Dschungel Dann schalten wir wieder dazu, zeigen euch den Dschungel und so Weil in einem Let's Play wollen wir ja auch zeigen Ja, obwohl Das wäre dann wieder ein Let's Show Anstatt Let's Play Ja, in Let's Play will ich auch alles zeigen Was geht Das ist aber auch in The Herbs Immer alles zeigen Immer alles im Spiel zeigen Und dokumentieren Für die Nachwelt Ja, wir haben einen Dschungel Okay Das ist einfach ein Unterwasserbaum Oh cool Der ist badass Das ist Unterwasser-Goldman Der darf ja nicht kaputt gehen Ja Wobei, ich finde das Dschungelholz Sehe nicht so toll Also ist das schon okay Also Leute, ich könnte jetzt hier in der Höhle gehen und voll der Banger sein Und ganz krasses Dschungelzeug sammeln Aber das machen wir nicht in diesem Part In diesem Part suchen wir nämlich nach dem Dungeon Von dem ich schon mal gesprochen habe, der von einem Boss bewacht wird Und im Dungeon gibt es da noch ganz epischen Loot und eine volle Ladung Action, da dort so viele Monster sind Wirst du sagen, das ist eine Ladung Action, oder eine volle Ladung Action? Eine volle Ladung Action Mit Drestos, Ilpe und Krizito, Süksy Ihr habt doch nicht gehört, was ich gesagt habe Ja, du hast doch nur Mensch auf einen anderen Spannung gebracht Ja, aber die Leute sehen das doch immer falsch Die Rassisten Das sind die wahren Rassisten Genau Ah, wo habt ihr euch gehört, was er zu euch gesagt hat Hä, ich habe nicht gesagt, das war Drestos Äh, was denn? Ich war gerade wieder Hey, du sagst doch nicht, wie du Idiot Hä, ne Ich weiß gar nicht, worüber ihr redet, Leute Okay Oh, der Part ist ja wieder kaputt Ups, guck da bin ich mit Drestos War das gut, Arschloch Kriegst du die Spitze überwiesen Wo ist mein Geld? Ja, aber genug, ne Nicht für letztes Mal Kommt doch mal, wie du deinen nächsten Spruch bringst Genau Na gut, dann pass auf Oh, ich habe den sehr netten Rassisten Ja, noch keinen Spitzenamen gegeben Ähm Der gutaussehende Großzügige Ähm Mit Geld um sich schmeißende Drestos ist dein Geld Geht doch Weißt du, ich muss auch meine Familie Deine Familie, die ich schon längst in die Zukunft verteilt Deine einjährige Zochter, die ich bebeistahe, was gemacht habe Nein, hör auf Oh ja Ja, das geht in eine ganz schlechte Richtung Das ist, wenn man selber das Player guckt Ne Kennen die Leute nicht Die gucken keine Let's, vielleicht gucken die Spastis Nein Sehr gut, lassen wir die Zuschauer alle beleidigen Aber ich habe mich selbst nicht beleidigt, Leute Keine Sorge Oh ja Ich gucke fucking Gronkh schon Seitdem er mit Mienekraft Alpha angefangen hat, ja Und ich finde den war doch gut Du kannst dir denken, so meteoriten sind immer 190 Dinge Ich bin am Meer Ne, doch nicht Ist nur ein großer Fluss Äh, See Ein Fluss Drestos ein Fluss Ja Ist mal sterben dabei Jetzt bin ich am Strand Okay Mal gucken, ob ich ein paar Unterwasserkissen bekomme Wo bist du für den Klo-Boy Ja Ja, ich habe eine Truhe bekommen, aber da ist nur Müll drin Leute, ich hau dann mal ab, ne Ey, ich brauche zwei Sterne Also ein Sterne, äh, zwei Sterne von dir Für die Knarre Und? Achso Ich brauche aber auch noch eine Sterne, Scheiße Okay Ich habe aber gar keine Sterne Ich habe aber auch noch eine Silbergeberlehrung Ja, ich auch Ja So, was kann man wohl gemacht? Was kann ich denken, ne? Ich glaube nicht, ich habe mich draufgeguckt Haha So egal Jetzt habe ich die Überaus Wichtiger IP gesehen, die hat man das wieder recht Sag, ja Sag, ja Sag, ja Sag, ja Sag, ja Blö 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 Okay, ich habe ja auch noch nicht mal zwei Mit dem Helm auf Ich habe ja den Helm auf Ich habe ja den Helm auf Oh, hier Leute Ist es nicht schön Es haben wir eine vernünftige Runde Können wir uns eigentlich auch die Bossen bei den Dänen 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 sogar blauen farbstoff meine rüstung für der blaue power ranger ich bin auch gelb jetzt bin ich der blaue ranger wir finden noch ein blauer alter okay was das dann können wir das auch mal sein lassen ist okay ja gab es auch hier ranger sowohl pussies von der dinge auch kälschen für eine kleine reichen verkehrer das kensern helfen scheiß aber mehr mit riemann so eine kleine kostet 30 ich habe es kommt steinschirren papier warte 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 ich muss mir erst mal irgendwas ausdenken was nehme ich wohl die leute das ist exakt mein glück doch ich brauche so schnell wie ich schieße wie schnell ich schieße in der welt von meine kraft ja ich sehe es doch hier ist deine samen 3 schon wuuu oh ich sollte es vielleicht nicht in die ganze tunel nicht das das war grau ich bin kommendier spannend zu leute die ladung action grün weg du ich glaube es gibt so grüne Pilze im Montagrund die geben die Brünnen dran das ist egal Alter was packst du Pizze in deiner Scheiß? wir waren rechts ganz durch bis zum Meer ey da packst du nen Helm rein, das ist die Erzkiste ja nein das ist die Kiste mit wertvollem Zeug drin also Leute, da wir ganz rechts waren und gesehen haben, dass dort kein Action ist keine volle Ladung jedenfalls dass da nur der Strand war und das nicht weiter ging muss der Dungeon Ding sein du hast Zeug drin, ich bin auch ein Zeug drin ich bin auch mitgekommen und reisen los ich will auch mit hä was ich hab dich nicht gehört ja deswegen, ich hab, was ist das für Zeug? wie lasst du davon noch? was war das? so ich hatte nur einen, ich hab ihn einfach gesoffen ein Flinkheitstrank hab auch an ein Zeug drin war doch gut dann ja ok wobei das ist der letzte Part, den wir aufnehmen ist eigentlich gar nicht so schlauer da hinzugehen machen wir das nächste Mal wir müssen ja jetzt wo die dann oder dann schluss weil wir noch so schnell sind was? einfach kurz sagen schon mal wir haben noch neue Minuten ok ok was würdest du dann was produktiv ist machen aber ok ok ich weiß nicht heuter bahn farm aber gut Leute, dann haben wir halt die volle Ladung action mit dem echten und einzigartigen den großzügigen jetzt haben wir schon man muss auch mal was ich aber man sollte auch ein Risiko geben und direkt wieder jetzt sind wir nicht zähnig ist einfach fest ist einfach fest fester fester dresden du siehst echt aus wie scenic warte auf mich du bist immer noch nicht in die gelbe gruppe übrigens egal ich bin hier ist jetzt einfach andersrum aber die gegner die Gäste meiner Verbindung jetzt ist er meiner Verbindung was ja an unserer Verbindung zwischen uns halt kann man nicht sagen außer deine Mutter ist vielleicht da am Ding ins PC dann schauen wir, dann wissen wir es da kann man, dass bei mir halt einfach grad Krebs ist ja ich dich auch aber ich hab dich immer perfekt gehört, ihr beide werdet ihn ich hab hier noch ein Stück vom Meteoriten, wir werden sie besiegen ey hier ist halbwegs die Meteoriten ist neu gespawnt bisschen bisschen von den Meteoriten ist neu gespawnt ich wüsst sie, guck's dir an der F der Restos erkennt hier sagenhafte Mythen der F des Lebens und die Zombies sind Syrians und können sich teleportieren oh yeah sie sind einfach so feest dass sie feesterer sind feesterer als der feester ist der so zähnig dem sie will wird ich hab 120 Mana ich hab 120 Mana ich hab 120 Mana ich kann mir noch mehr Mana erstellen insgesamt 5 weitere Mana Crystal kann ich mir erstellen oh wow 120 Mana nein 120 40 60 ne einmal eine Überladung fehlt mir noch insgesamt sonst stelle ich noch mir fehlt nur noch vier Sterchen dann hab ich dann bin ich bin ich voll alter eigentlich war ich immer wow und war unsere Verbindung kackt ab gut ist dass der letzte Part ist heute ach ja Leute entschuldige nochmal wegen den den Blacks des Servers das passiert hat das ist das Spiel na ist einfach recht so weil wir müssen uns schon so ein Server ähm kaufen statt selbst zu machen um eine perfekte Verbindung zu haben aber Leute was schon was schon zwei Sterne noch da hab ich voll ja oh fuck ich komm mir lokalisiert durch komm mir lokalisiert durch komm mir lokalisiert durch was ne Truhe wo nur noch Würdi drin ist also so ich denke ich bin einfach in so ein Ding gefallen ok ich bin da zwei Trottel ist das ein Gedanke guck ob du das Buch findest ich hab Piano gefunden das Buch ist eh nix und ein pinkes Bett wow oh yeah ich weiß wo ich schlafen werde ja oh wir haben so ne pinke fest und geil naja ich hab nicht viel Geld also es ist nicht schwer wenn ich sterbe also ich kann richtig tief gehen gönn dir das mit dem Tod ich weiß nicht wie tief ich noch gehen kann alter jetzt dürfen gleich die Viecher kommen und mich raken hier ist ein Bad wow ja hast du auch alle Bücherregal durchsucht? ja da geh ich mal wieder weiter nach links guck ob ich das mehr finde dann kann ich vielleicht auch meine Kiste abgreifen im Leben was er wollte? da fliegt doch noch eine Dode 8 minus 10 plus 18 prozent Schaden 24 magischer Schaden ja wo kann man machen jetzt guck ich auch wieder nach oben weil jetzt bin ich das gerne sterbe ich dachte das ist ja so egal weil du so wenig Geld hast alter ist hier viele Leute ja richtig betreiben mit den Farmen wieso war der Pitschen abgebaut? was er? das war doch nicht sicher oder? spielt Sarah Zetter mit alter mir fehlt noch zwei Sterne hat er die volle Ladung extra hast du das Sterne? da bin ich voll da kann ich und Goblin ja ja es gibt nämlich eine Armee auskommend die angreifen Künte und mit diesem Zerwetzen Stoff den ich gerade gefunden habe können wir uns so ein Item erstellen womit wir sie beschweren aber sie kommen meistens auch einfach so ihr werdet sie schon sehen sind süße Boys so Leute jetzt sind wir am Strand mal sehen ob wir wieder einen geheimnisvollen stattfinden einen Scherz der Legenden ein meteorit ist einfach ein Wassergeheim wir haben nur ein meteoriten einen Chat gesehen und wir sind gelandet drei nein ich hab die Flossen ich hab die Flossen ja es ist egal ob ich gestorben bin scheiß Hai es sind schon so ein paar meteoriken gespawnt scheinbar wir sind jetzt bei 20 Minuten aber ich will auch nochmal gucken ob da noch nix ist und so und die heilige Kriecherfülle ach so ach so ich war ganz am Ende ne das ist nichts mehr ja toll das heißt wir haben nur einmal Flossen auf dieser Welt Alter es gibt eine Potion die die Aggression der Gegner weg macht krass Alter ist das ist ein meteorit gelandet was ist das für ein Geräusch habt ihr das gehört Leute es könnte eigentlich auch sein dass ein meteorit genau auf unserem Haus landet das wär scheiße aber das passiert jetzt so gut für mich der wird halt random irgendwo spawnt ja Leute das war die vollen Lärm-Action nicht alles oh wir haben es schuld 20 Minuten ok Leute dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag ja ja wo röschte Zauberstrahl aber die Leute sehen den jetzt auch cool oder und ja ö ö ja auch so etwas sagen man sieht sich beim nächsten Mal ne lasst den Aumen hoch wenn ihr Bock habt wenn ich dann nicht und tschüss Das war's.